Joa geht ab meine Freunde. Hier haben wir mal was Neues. Eine Kaffeemaschine meine Freunde. Haben wir es geholt. So. Ich höre die mal auf. Das Eiland hier. Ich bin kritisch. So. Machen wir mal einfach mal. Machen wir einfach mal so. Zack. Haben wir es doch schon. Das hier ist die Kaffeemaschine. Ja. Ne. Ne. Ne Pads. Ne. Ne. Deine Durst-Koß da. die sind halt alle dabei glaube ich denke ich mal geht auch noch was so teuer war die jetzt nicht so holen wir mal raus und bauen wir direkt mal auf hier in der Küche dann ich wollte euch mal kurz weg legen so geht es raus so gucken wir jetzt mal dann noch so so und so ja ja welcher kreisdinger ja die anleitung ist ja klar ich glaube das ist irgendwelche hinweise ja kann gut sein ja ja hier sind die kapseln glaube ich mit drin machen wir gleich auf hier ist schon ein Schronenkabel ich glaube das muss ich wieder rauskippen ne hier haben wir auch noch eine anleitung noch eine so genau so das ist schon ein Schick ich glaube da oben das ist ja oben ran naja naja da kommt doch da oben ran das macht man ach das ist der Boden naja da oben ja hier sind die Pads hier mal gucken ja hier sind die Pads ja das sind die Sorten jetzt dabei sind ne das sind die Sorten jetzt dabei sind ne die ganzen Sorten ja da kann man hier noch einstellen wie viel Wasser ne hier ist das Ding das man da raus holt gute Frage gerade wie keine Ahnung bestimmt sie wahrscheinlich will ich nicht will ich jetzt nicht machen aber ja das wäre es gewesen ne das war alles nur dabei so so das war es eigentlich davon eigentlich sieht die voll geil aus so finde ich von optisch so ne geil und bis zum nächsten mal haut rein meine Freunde bis zum bis zum bis zum